Musik Eine kleine frische Brise erfrischt heute die Stadt. Herzlich willkommen zum Hamburg-Journal um 18 Uhr. Wilhelmsburg hängt die Fahne in den Wind. Genau genommen sind es an diesem Wochenende die Elbinseln, die 48 Stunden Wilhelmsburg feiern. Ein außergewöhnliches Musikfestival. Vielleicht hören Sie so ganz leise im Hintergrund und Sie sehen es auf jeden Fall. Dudelsackspieler. Ich kann Ihnen versichern, es sind keine Eingeborenen der Elbinseln, die diese Musik schon immer so gespielt haben. Aber warum die Musik hier stattfindet und was noch in diesem riesigen Festival-Repertoire so versteckt ist, das wollen wir Ihnen in der nächsten Viertelstunde zeigen und zu Gehör bringen. Vorher aber, wie immer, alles Aktuelle vom Tage. Die Nachrichten hat Jens Riever für Sie. Und damit zurück zu einer bestens angezogenen Anka Hanack. Vielen herzlichen Dank. Ja, es weht tatsächlich ein leichtes Lüftchen. Katja Scherr, Sie sind Projektleiterin von der 48 Stunden Wilhelmsburg jetzt. Aber ich glaube, das Wetter übers Wochenende wird Ihnen in die Hände spielen, oder? Das hoffe ich. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen weniger windet und dass es noch ein bisschen mehr die Sonne auftut. Wir haben sehr, sehr viele Wetterprognosen eingeholt und den Ende ja natürlich auch. Und es sieht gut aus. Und es gibt ja auch nicht nur Outdoor-Locations für die vielen Geschichten, sondern man kann auch irgendwo mal über Dach stehen, oder? Nein, man kann unter Dach stehen. Heute Abend sind wir zum Beispiel im Energiebunker im Flaggturm vertreten. Der ist zum Beispiel Salz überdacht. Und wir haben natürlich viele Wohnzimmer, viele Buchhandlungen, Tätowläden. Das ist alles per se überdacht. Wir haben aber auch einiges an Outdoor-Locations. Also eigentlich ist für jedes Wetter etwas dabei. Und die erste, die jetzt gleich nach den Dudelsack-Spielern, die wir gerade schon gehört haben, hier auftreten wird, ist der Yildrim mit einem Instrument, das wie heißt? Das ist eines Haars. So, und jetzt stehen Sie hier im leichten Blüschen und ich darf verraten, so ein bisschen knackig ist der Wind ja doch. Ist schon ein bisschen eine Herausforderung jetzt bei dem Wetter, oder? Ja, schon. Aber ich glaube, wenn man anfängt zu spielen, dann vergisst man alles. Was kann das Publikum jetzt erwarten? So die Wilhelmsburger kommen jetzt so nach und nach. Kommt wahrscheinlich viele von der Arbeit jetzt, sind gespannt. Was kriegen die von Ihnen gleich geboten? Also eigentlich bin ich ja schon recht bekannt hier auf den Elbinseln dafür, dass ich türkische Musik mache. Vielleicht für die anderen oder für die meisten Leute, die jetzt hier sind, vielleicht wieder schöne Musik, die sie schon kennen. Und für andere türkische Volksmusik werde ich heute spielen. Sie sind Fädelerin. Das ist jetzt auch wirklich, 48 Stunden ist in Wilhelmsburg nicht das erste Mal, sondern inzwischen sehr renommiert. Warum für Sie so wichtig, da mitzumachen? Das ist etwas ganz Besonderes vom Stadtteil. Also ich warte eigentlich schon das ganze Jahr auf dieses Fest. Aber es ist ja, also junge Musiker gehen doch gerne mal so auf Festivals, um entdeckt zu werden und einen Plattenvertrag zu kriegen oder sowas. Passiert das hier auch? Oder kriegt man mal einen Auftrag für einen netten Auftritt irgendwo? Ja, durch 48 Stunden Wilhelmsburg bei den Auftritten hat sich natürlich schon was dann weiterentwickelt durch andere Beziehungen oder vom Publikum Leute, die da saßen und mich dann engagiert haben. Super, also das ist auch wirklich eine Chance und eine gute Möglichkeit, den Menschen zu zeigen, wie viel Musik hier so spielt. Sie gehen gleich zum Auftritt. Toi, toi, toi dafür schon mal. Wir werden also hoffentlich noch ein paar Klänge mitkriegen gleich. Frau Scherr, ich muss Sie nochmal fragen, also warum ist dieses etwas andere Festival, nenne ich es mal, weil es ja wirklich über den Stadtteil, über die Elbinseln verteilt stattfindet, mit so vielen Musikern von hier. So wichtig auch für die Leute, die hier leben und vielleicht gar nicht wissen, wie viel Musik so drin ist. Das ist so wichtig, damit man sich begegnet, damit man sich kennenlernt. Es ist ja tatsächlich so, dass hier Nachbarinnen und Nachbarn miteinander musizieren oder Nachbarn in die Wohnungen von anderen Bewohnern aus Wilhelmsburg oder der Vettel kommen und damit können wir halt einfach ganz neue Begegnungen schaffen und da finden tolle Überraschungen statt und daraus gestalten sich dann halt über die Veranstaltung hinaus natürlich auch ganz, ganz viele tolle neue Bekanntschaften und Projekte. Also so ein paar Highlights müssen Sie uns gleich noch verraten. Ich glaube, das ist wirklich ein schöner Schatz hier. So und zur Stadtgeschichte Wilhelmsburg muss ich jetzt Timo Bark fragen. Dudelsäcke oder wie nennt man sie korrekt? Das sind schon Dudelsäcke, ja eigentlich eher Sackpfeifen, das ist eigentlich der schönere Name. Sackpfeifen gehören ja jetzt nicht so zum Urrepertoire der musikalischen Ausstattung auf den Elbinseln. Wie kommen Sie dazu, das hier zu spielen? Ja, also ich spiele schon sehr, sehr lange Dudelsäcke, seit ungefähr 20 Jahren, mit Unterbrechungen, habe mich im letzten Jahr mit der Sackpfeifenschule in Hamburg selbstständig gemacht als Dudelsacklehrer, hauptberuflich jetzt seit ein paar Monaten und in dieser Besetzung spielen wir traditionelle Musik aus Nordspanien, aus Galizien und proben dort regelmäßig in Zusammenarbeit mit dem galizischen Kulturverein ACG de Hamburgo in Hamburg. Herr Bark, ich möchte nicht indiskret sein und ich möchte auch nicht an Ihren Talenten zweifeln, aber kann man in Hamburg mit einer Sackpfeifenschule seine Miete verdienen? Das geht tatsächlich. Es ist nicht leicht, aber es geht. Jetzt möchte ich von den Damen wissen, oder von Ihnen zumindest mal, warum dieses Instrument? Ich habe das wirklich bisher immer mit Männern in Verbindung gebracht. Ich war schon lange von traditioneller Musik begeistert, habe als Schülerin von Timo angefangen vor vier Jahren und dann den Weg zur galizischen Musik gefunden, habe mich in die Musik verliebt und dementsprechend mir einen Dudelsack gekauft und angefangen, das selbst zu lernen. Total klasse und ich kann nur sagen, es klang toll, was wir mitbekommen haben. Sieht auch super aus. Frau Scheer, das ist ja mal so ein Eindruck von der Vielfalt. Damit hatte ich jetzt wirklich in Wilhelmsburg so nicht gerechnet. Auch nicht damit, dass Sie eine Barkasse hier nochmal schön hinlegen, auf der ja auch noch Musik läuft heute. Also ich habe so das Gefühl, Sie setzen aber auch alles in Bewegung für dieses kleine, feine Festival am Wochenende. Na klar, das ist unser Job und das ist die Idee. Wir möchten ja die Brandbreite der Musikkulturen hier vorstellen. Das heißt, wir haben einfach auch viel albanische Musik, wir haben türkische Musik, sehr, sehr viel Jazz, Avantgarde Musik. Wir haben afrikanische Musik. Also da geben wir uns sehr, sehr viel Mühe, das immer breiter darzustellen, entsprechend dem Charakter des Stadtteils und dann aber eben auch das zu verbinden mit den tollen Orten, die es hier gibt. Weil das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass man Wilhelmsburg einfach nochmal von seiner faszinierenden Brandbreite darstellt. Da gehört die Barkasse, also da gehört mindestens einmal den Wasserweg bespielen natürlich dazu, auf jeden Fall. Es klingt jetzt für jemanden, der jetzt wie Sie zu Hause sitzt, das klingt so wie so viel, jetzt weiß ich gar nicht, was ich mir aussuchen soll. Welchen Tipp haben Sie für alle, die in diesem Moment zum ersten Mal darüber nachdenken, diese 48 Stunden auszunutzen? Ins Internet gucken oder einfach mal loslaufen und sich überraschen lassen? Wir haben im Internet, sind wir zu finden über 48-stunden-willimsburg.de. Ansonsten einfach ein Fahrrad schnappen oder in den Stadtteil kommen und hier liegen überall Programmhefte aus und sich treiben lassen. Offene Ohren, offene Augen und einfach durch Wilhelmsburg treiben lassen. Wir sind wirklich an sehr, sehr vielen Stellen vertreten, auch auf der Veddel in Georgswerda, sind da mit einer Pferdekutsche fahren, den Energie berghoch. Wir sind in Wilhelmsburg-Neuer Mitte in der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, haben ein tolles Jazzkonzert. Also es wird schwer sein, wenn man in Wilhelmsburg oder auf der Veddel aussteigt und da mal schaut, uns nicht zu finden. Und es ist ja so einfach, auch aus der City und von der anderen Elbseite rüber zu kommen, das muss man ja auch mal sagen. Ich komme noch mal zu Ihnen, Herr Back, weil mich das, ich finde das ja irgendwie auch sexy so ein bisschen, ne? Und ich habe gerade so in meinem Kopf geht gerade irgendwie so ein kleines Kino ab. Was muss man denn als Sackpfeifenschüler mitbringen, um in Ihrer Schule unterrichtet zu werden? Eigentlich nur Motivation. Und ein Instrument? Das kann man relativ kostengünstig über Leihinstrumente starten oder über Übungsinstrumente. Also da braucht man eigentlich nicht viel mitbringen außer Interesse und Begeisterung. Und ich entnehme auch Ihrer Garderobe heute, dass es nicht zwingend notwendig ist, als Sackpfeifenspieler Rock zu tragen. Das stimmt, genau. Also da muss jetzt auch niemand Sorge haben, dass Sie da gleich eine Kleiderordnung einfangen. Das sind ja jetzt spanische Dudelsäcke und da wird eher selten von Männern Rock getragen. Das ist dann doch eher in Schottland, die gängige Kleidung. Sie sind also hier jetzt bei der Eröffnung auf jeden Fall der absolute Hinhörer gewesen. Danke Ihnen. Sie sehen, die Wilhelmsburger sind begeistert jetzt schon dabei. Wir melden uns nochmal um 19.30 Uhr und Ihnen kann ich nur empfehlen, nutzen Sie es aus. 48 Stunden Wilhelmsburg. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.